Beim Malwettbewerb gibt es als ersten Preis eine Rolle Drops. Alle Jungen haben das Raumschiff Enterprise gemalt, deshalb schmücken die Wände des Essensaals dutzende Raumschiffe. Dieser flache, runde Ameisenkopf und die langen Kufen, in denen welche arbeiten, die man in der Serie nie zu Gesicht bekommt. Vorne ist das Cockpit, von dort hat man den besten Blick auf das Weltall. Gesteuert wird von einem Sessel aus, mit allen nötigen Knöpfen in der Lehne, bequemer geht es gar nicht. Leider sieht man das Raumschiff in der Serie immer nur im Vorspann kurz vorbeigleiten, so schnell kann man sich die Konstruktion nicht merken. Es ist für uns alle das vollkommene Raumschiff. Seine Form ergibt sich ganz logisch aus den Anforderungen, die sich an ein Raumschiff im Weltall stellen. Mit der Suppenkelle wird für das Frühstück vier Fruchtmarmelade aus einer braunen Papptonne in quadratische Plastischhälchen gefüllt. Jeder Tisch bekommt eins. Manchmal findet man ein größeres Stück Erdbeere. Den Tee holt man sich aus einem großen Kanister, der vorne einen Hahn hat. Wenn nichts mehr rauskommt, wird der Tee mit der Tasse direkt von oben geschöpft. Vor dem Tee warnen wir uns aber, der mache impotent. Und wenn man schwarzen Tee viermal aufbrüht, werde man davon high. Ich schmiere mir gerne die Butter aufs Brot, wenn sie genau richtig weich ist. Seltsamerweise kaue ich immer mit den linken Zähnen, obwohl ich Rechtshänder bin. Oma Rakete hat manchmal den Rand von ihren Stullen abgeschnitten und mich essen lassen, weil sie ein Gebiss hatte und damit ich kräftige Zähne bekomme. Es war schön, etwas für sie tun zu können und es fiel mir leicht. Drüben gibt's Müllschnitten zum Frühstück, sagt Dennis. Kannste vergessen. Kannste fragen. Drüben scheißen die Studenten in die Uni. Aus Protest. Wegen der Bourgeoisie. Der Sohn von der Schwester von einer Bekannten von meiner Mutter zieht immer Röcke an. Aus Protest dagegen, dass das nur Frauen dürfen. Das hast du dir doch ausgedacht. Dit stimmt. Die wohnen in Hamburg. Oder Homburg. Der gibt auch allen immer nur die linke Hand, weil er sagt, das ist autoritär, wenn man vorgeschrieben bekommt, welche Hand gut und welche schlecht ist. Was ist denn autoritär? Ich glaube, wenn einer einem sagt, was er machen soll. Verstehe ich nicht. Wollt ihr den Lieblingswitz von meinem Vater hören? Fragt Eike. Dick und doof brechen aus dem Gefängnis aus. Man muss über 100 Mauern klettern. Nach 99 Mauern sagt Dick zu doof, ich kann nicht mehr. Ich gehe lieber wieder zurück. Wolf weiht uns in den Tagesplan ein. Er möchte mit uns den Silberweg suchen. Einen Weg, den es hier irgendwo seit dem Mittelalter gibt. Wir wollen lieber im Lager bleiben und Tischtennis spielen. Jedenfalls nicht wandern gehen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir verstehen nicht, dass die Erwachsenen so wenig Fantasie haben, sich vorzustellen, was uns wirklich Spaß macht. Das ist belastend. Sie versuchen zwar manchmal herauszubekommen, was wir denken und warum wir irgendetwas angestellt haben, aber man merkt richtig, wie sie mit ihren Spekulationen im Dunkeln tappen. In allem, was uns betrifft, sind wir ihnen von Natur aus überlegen.